In einer Welt, die von Gott und Gier regiert wird, scheinen nicht einmal mehr Monarchen sicher zu sein. Dort, im Land grüner Wälder, majestätischer Berge und reißender Flüsse, werde ich nach mutigen Männern suchen, die sich dem verzweifelten Kampf gegen diese Tyrannei anschließen. Gut, dass uns Raubdarmäe... Der Rosenberg-Abschaum herrscht aus ihrer Zitadelle im Süden über diese Region. Wir werden sie niederreißen, Stein für Stein. Ja, also von dem Niederbrennen halte ich schließlich... Rettet Shishka. Nein! Keine Wunde hält diesen einäugigen Krieger auf. Ich kehre zurück, das verspreche ich. Dann verliere ich das Kloster, kann ich nichts dran ändern. Ich gerade. So, ähm... Noch ein paar Picking da. Ah, und wir können... Ich habe ein bisschen Gold bekommen. Weg. Nach dem Gold. Doch, Pram Stiftung... Ne, ich warte. Dann warten wir. Hm. Dann würde ich gern... Ablenkla... Erhö... Auch gut. Ganz Erhöhung warten wir jetzt auf jeden Fall noch. Ähm... Gut. Und top 2. Okay. So... So... eigentlich nicht geplant dass die da angreifen gut dann geht jetzt einmal zurück und stiftung können wir dann doch auch mal erforschen ich hab gold ach weil das das lager gibt mal gold das da wahrscheinlich nahrung das hier holz das so aufgeteilt habt ihr zu schnell erobert gehabt beim normalen daher habe ich das so nicht mitgekriegt die geben alle so ein paar ressourcen von allen das können wir auch mal erforschen den rambock brauchen wir später weil können wir schon mal auf bauen lassen und bevor die mein hauptlager erobern zerstören wie auch immer dann wollen wir mal gucken ritter kommt auch mal auf und dann erobern wir auch noch das letzte doch hier da sind schon mal ich sollte vielleicht braucht das das ist dann ein kleines befehl geben und die ungeziefer zerquetschen ruhig besser mal nicht in gold um selten anzuheuern und wenn wir noch was tun und die vorräte an uns reißen und heilt euch ich werde immer noch dass wir das kloster verloren haben dann geht ihr jetzt mal hier hin wenn die da zurückkommen müssten die stark genug sein um das zu verteidigen dann hätte ich gern eine leichte kavalerie erkunden ich stehe nur darum deswegen weil manchmal deckt die da hochraten verlier ich die dründer das will ich dann kannst du jetzt die da kunden und wenn ich noch ein bisschen vorsichtig das sind nämlich auch noch irgendwo angriffstrupp dann gucken wir mal waren hier noch kühne wir waren keine kühne ich bin da drüben da drüben ist ein markt beschützt diesen markt einen weiteren gibst hört einen weiteren gibst da sind noch kühne wir können diese kühe nördlich von unserem lager grasen lassen ihr milch wird unseren mutigen kämpfern kraften hier waren hier keine kühne mehr da sind noch kühne soweit ich weiß und dort unten sind auf jeden fall noch kühne ihr seid alle fit und mal zur brücke ja da hallo hallo und wir stehen um dort mehr zur verdigung hier waren doch noch da wir können diese kühe nördlich von unserem lager grasen lassen ihre milch wird unseren mutigen kämpfern kraft geben irgendwo habe ich die kühe eingenommen kack danke ähm ok keine ahnung also die hälfte der kühe haben wir schon auf der seite sind natürlich auf jeden fall noch welche hier sind noch welche dann weiß ich nicht mehr ich weiß aber nicht mehr werden sie mal alle finden falls jemand interessiert da kann er nachgucken dann muss eine kur abhanden gekommen drei da so hier kommen scheinbar keiner mehr haben wir sollten wahrscheinlich die vorratslieferungen vom markt der stelle hier sein so so hier weiter also noch wir können dass die alle unterschiedlichen haben lager grasen lassen ihre milch wird uns die nicht mehr die arm zu schützen was wollen du so und ihr mal hierher dann kommt ihr jetzt runter das kloster wollten sie im markt nicht hier kommen von mir aus wollen wir mal dafür dass dort keiner mehr durch kommt dann haben wir den kommen wir dort unten hin da kommt man nämlich ansonsten nicht hin dann haben wir jetzt 14 hoch nehmen wir mal das lager dort rechts ein das stinkt wir können diese gebäude nutzen um unsere plünderer banden zu unterstützen wenn wir aber wir haben dort glaube ich kein neues haus hier ist irgendwo noch nicht mehr erreichen aber egal ich wollte sowieso die loswerden wir brauchen nämlich soldaten andere soll du kommst jetzt auf jeden fall mal hier hoch hier runter kommen wir haben hier ein paar hand kanonierungen bei der infanterie unten gar nicht so schlecht dass man nicht wozu ich die führer brauche aber ok wir haben mehr als genug zeug mal hier hoch dann mit den kühen aus wenn wir wissen auf jeden fall noch hier oben wo waren die anderen aber das blöde katapult hier kommt weiter irgendwo waren die noch hier bleibt man zurück noch mal verdienen ein bisschen angelockt bekommen solltet ihr spielen heute spiel die sind erst mal erledigt ich habe euch mal die jetzt schnappt ihr euch die ähm ich habe sie nicht ausgewählt bekommen egal das ist erledigt weg 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 ok so dann haben wir das nächste lager rein durchs bund kriegt das zeug nicht mehr ja diese siedlung wird uns nur mit wenigen vorräten versorgen doch wenn die not groß ist können wir sie niederbrennen und die vorräte an uns reißen so wo waren die kühen unten waren meine ich noch zwei da oben war da oben nicht auch noch irgendwas ne hier wäre auch noch irgendwas gewesen ähm ne hier waren keine kühen oh oh da haben wir noch zwei dann haben wir jetzt 18 wird hier noch irgendwo werden hier noch irgendwo welche sein und dann vom wasser ähm dann hier unten mal gucken ich weiß nämlich nicht mehr was bei 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 da muss ich mal auf äh nach der aufnahme gucken titelungen haben wir jetzt fast alle rede ich den mal zusammen und da denn noch mehr da wenn ball ist den mag ich nicht solltest dann nicht rein da sind die letzten zwei gut dann haben wir jetzt alle kühe also wir haben alle kühe wir müssen noch siedlungen erobern die letzte dann mal kurz hierher ich meine hier oben wäre auch noch was gewesen aber scheinbar nicht dann wollen wir mal gucken was wir haben wieder dort unten katapult das weiß ich noch das war echt blöd mit dem katapult dann machen wir es so dazu halt noch die ritter dann müssen wir uns überlegen wie wir das da erobern einfach vorne rein da kommt ja scheinbar auch keiner da mag diesen wäre nicht ähm da sind die zwei kür die noch fehlen die kommen auch ja da sind zwei Wölfe sehr nett mit euch stürmen wir dann dort rüber Rosenbergs Truppen sind jetzt mal erledigt wir holen mal ein paar Ramböcke mit dann landen wir dort recht dann gehen noch zwei weitere dort aufs Tor und die anderen drei gehen aufs andere Tor hier kommt mal alle hierher mal zwei könnten wir auf den Turm schicken ihr sollt das Tor einreißen und dann auf die Burg ok dann würde ich jetzt sagen Angriff 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 Untertitelung des ZDF, 2020